Musik Im Frühling, wenn es blüht und grünt, der Kuckucksruf so schön erklingt, ein Mädchen dann zum Wald hinschaut. Sie wär so gern die Jägersbraut, sie wär so gern die Jägersbraut. Vom Birchgang kam der Jägersmann, er grüßte sie und sprach sie an, er grüßt sie dann beim Hol der Strauch und sagt, das ist der Jägersbrauch. Und sagt, das ist der Jägersbrauch. Ein Traum begann für beide dann, da draußen auf der Heide, er fand sein Glück am Wald des Haums. Das war sein schönster Jägersbrauch. Das war sein schönster Jägersbrauch. Das war sein schönster Jägersbrauch. Untertitelung des ZDF, 2020